Hey zusammen und willkommen zu einem kleinen One-Taker-Video. Eigentlich sollte heute ein kleiner Vlog kommen zur Dokumie, denn da war ich für einen kleinen Auftritt zu dem Thema J-Fashion, was super interessant war und das ganze Thema Dokumie, also eine größere Veranstaltung, zu der jetzigen Zeit finde ich auch wahnsinnig spannend, darüber zu diskutieren, was moralisch verwerflich ist, was moralisch vertretbar ist und so weiter. Allerdings gab es ein paar Probleme. Ich konnte aufgrund der Corona-Maßnahmen, was auch gut ist, keinen Kameramann mitnehmen, das heißt, ich habe persönlich nicht wirklich Videomaterial von den Auftritten selber und so weiter. Allerdings warte ich jetzt, bis irgendwie öffentliches Material verfügbar ist, da kriege ich auch bestimmt welches, das heißt aber, ich muss warten, bis ich das habe und das Video machen kann und das ist ein bisschen blöd, deshalb kommt das Video erst ein bisschen später, aber ich würde das halt gerne alles zusammen in ein Ding packen, was aber nicht heißt, dass wir uns heute um 18 Uhr im Stream nicht darüber unterhalten können, wie das Ganze war und dann reden wir noch über das Thema der sieben Todsünden, wie ich die wahrnehme und wie ihr die vielleicht wahrnehmt. Das ist auch sehr interessant und ich weiß, das ist jetzt wieder so eine Stream-Ankündigung, die es eigentlich hätte nicht sein sollen, aber ich kann halt auch nicht einfach von der Dokumie den Stream irgendwie was an Material rippen, weil die Dokumie gestern ihren Stream selber gerippt haben beziehungsweise selber es geschafft haben, auf Twitch gebannt zu werden. Ich weiß gar nicht, werde ich dann auf Twitch gebannt, wenn ich die Dokumie erwähne, weil die Dokumie so gesehen ja ein gebannter Streamer ist? Hm, finden wir es heraus, indem wir heute 18 Uhr zusammen ein bisschen quatschen über die Themen, wie das Ganze zustande gekommen ist und so. Das würde mich sehr freuen und ich wollte mich einfach gar nicht melden. Ich hoffe, das kommt dann auch morgen oder übermorgen, das richtige Video und jetzt nicht irgendwie in der Woche oder so. Also mein Ziel ist schon morgen oder übermorgen.